Herzlichen Dank, dass du es auch in dieses Video wieder geschafft hast. Mein letztes Video war Glutathion. Meines Erachtens das wichtigste Molekül bei uns im Körper. Vitamin D kann gar nicht richtig verarbeitet werden ohne Glutathion. Die Gene werden gar nicht so aktiviert, wie wir eigentlich wollen durch Glutathion. Und alleine Glutathion hat einen Vitamin D-Mangel vermieden, ohne dass man Vitamin D überhaupt supplementiert hat. Das ist Wahnsinn. Schau dir das Video gerne nochmal an. Bis Weiterhin kannst du auch kein Milligramm entgiften ohne Glutathion. Der Spiegel ist wirklich so entscheidend bei uns im Körper. In diesem Video möchte ich mich einmal widmen, was kann man eigentlich tun? Was kann man tun, um diesen Spiegel aufrecht zu erhalten? Um das Glutathion wirklich gut zu regenerieren? Welche Ernährungsform ist sinnvoll? Das alles erfahrt in diesem Video, wenn ihr wirklich bis zum Ende dran bleibt. Aber zunächst starten wir einmal mit drei Aminosäuren. Glitzin, Zystein und Glutaminsäure. Das sind die drei, woraus das Glutathion dementsprechend entsteht. Thema Nummer eins, Zystein. Was passiert bei der Gabe, wenn wir eine Aminosäure konsumieren? Was passiert mit dem Glutathionspiegel? So, Zystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Ich habe hier mal ein paar Quellen für euch genannt, falls ihr dieses als interessant empfindet. Und zwar, den höchsten Zystein-Gehalt von den Pilzen haben die Steinpilze. Von den Früchten die Weintrauben, von den Nüssen die Paranüsse. Eigentlich die Cashewnuss, aber die ist ja keine Nuss, die gehört zu den Kernen. Die höchsten Früchte, die Sojabohne und die Lupine zu nennen. Und des weiteren Getreide, der Dinkel und der Hafer. So, aber jetzt kommen wir zu der ersten Studie. Bei einer Infusion von Zystein kam es an eine Hirnkonzentration von Glutathion. Wichtig, Glutathion überwindet die Blut-Hirn-Schranke auch. Es spielt nicht nur deinem Körper, sondern auch ebenfalls außerhalb deiner Körperhöhle, das heißt im Gehirnregion, eine entscheidende Rolle. Dabei konnte das Glutathion durch die Infusion von Zystein im Gehirn um 30% gesteigert werden. Und das bereits schon nach zwei Stunden. Das heißt, die Synthese ist relativ schnell dann vonstatten gegangen anscheinend. Auch in einem anderen randomisierten Kontrollstudium konnte gezeigt werden, dass die Gabe von 60 Milligramm pro Kilogramm, das entspricht bei mir ca. so einem gehäuften Teelöffel, Zystein, zwei Gruppen, in der Gruppe, die Zystein bekommen hat, kam der Wert Mikromol von Glutathion auf 780 danach, in der Placebo-Gruppe nur auf 640. Das heißt, wir haben in der Gruppe, wo Zystein gegeben worden ist, doch einen signifikanten Anstieg von Glutathion verzeichnen können. Und das Ganze war auch statistisch, das ist ein schwieriges Wort, statistisch signifikant. Auch in einer Tierstudie, die konnte gezeigt werden, die ethisch nicht ganz so schön war, aber folgendes. Und zwar ging es hier auf die Zystein-Gabe in Verbindung mit Sport und die Konzentration von Glutathion in den Immunzellen, in den Leukozyten. So, dabei wurde festgestellt, diese Tiere, die Zystein bekamen, Sport getrieben haben und danach direkt geopfert wurden, haben einen deutlichen Anstieg von Glutathion verzeichnen können. Die Tiere, die kein Zystein bekamen, Sport betrieben haben, geopfert worden sind, dort flachte der Glutathionsspiegel maßgeblich ab. Und damit haben wir doch einen sehr schmessbaren Effekt gehabt. Der Grund dafür könnte ja sein, Zystein ist ja in einem Fall ein Baustein, haben wir gerade gelernt, und des Weiteren auch selbst ein Antioxidant. Aminosäuren sind Antioxidantien bei dem Körper. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, was ist, wenn man ein anderes Antioxidant gibt, was passiert denn dann überhaupt? Hat es dann auch Einfluss auf den Glutathionsspiegel, wenn Zystein ja auch ein Antioxidant ist? Ich wollte wissen, ist die Wirkung von Zystein auf die Erhöhung des Glutions wirklich darauf zu führen, dass es ein Antioxidant ist, oder können es auch andere Moleküle? Und so auch bestätigte sich meine Annahme, und zwar in der anderen Studie, über übergewichtigen Säugetieren, die Zucker bekamen, und die, die Übergewicht hatten, und die, die nicht Übergewicht hatten. Aber durch die Gabe von OPC, das heißt OPC Traubenkernextrakt, das ist ein sehr starkes Antioxidant, das habe ich genommen, weil das alle halt kennen, haben sich der Glutathionsspiegel wieder zu einem Normalverhältnis reduziert. In der übergewichtigen Gruppe ist meistens das Glutathion, die auch sehr viel Zucker konsumieren, etwas reduziert, weil hohe Zuckerkonzentrationen bei dir im Blut geht immer damit einher, dass es auch Radikale entstehen lässt. Durch die Gabe von OPC konnte das wieder reguliert werden. Bei B konnte das OPC sogar noch dabei helfen, weniger oxidiertes Glutathion entstehen zu lassen. Es gibt einmal reduziertes und oxidiertes Glutathion. Das Reduzierte ist das, was noch die elektrische negative Ladung hat, womit es noch Elektronen spenden kann und Radikale puffern kann. Das Oxidierte kann das nicht mehr, das hat es schon getan. Das heißt, wir haben bei der OPC-Gabe weniger oxidiertes gefunden. Das heißt, Glutathion konnte für andere Zwecke genutzt werden. Wie auch immer. Vitamin D-Regulierung, Vitamin C-Regulierung, Entgiftung und so weiter und so fort. Und dazu gibt es auch noch viele andere Studien, die jetzt aber hier den Rahmen sprengen würden. Machen wir mal ein kurzes Zwischenfazit. Also, wir haben gelernt, Antioxidantien beschützen unser Glutathion. Das kann das Cystein machen, können aber auch andere Moleküle machen. Das heißt, das ist nicht die Hauptaufgabe des Cysteins. Wichtig ist jetzt zu klären, ist es jetzt wirklich die Aminosäure, die die Synthese anregt? Und dazu habe ich jetzt weiter recherchiert. Was ist, wenn man mehr Protein zu sich führt, bildet man auch mehr Glutathion? Das prüfen wir jetzt. Als allererstes gibt es natürlich Korrelationen. Je älter man wird, desto mehr nimmt der Glutathionspiegel auch ab. Das hat verschiedene Gründe. Aber ein Grund kann natürlich auch sein, dass im Alter immer weniger, beziehungsweise immer schwächere Magensäuren entstehen und dadurch immer weniger Aminosäuren gebildet werden und aufgenommen werden können von deinem Körper. Ich meine, mit gebildet meine ich damit Auftrennung von Proteinen. Dabei bilden, entstehen quasi Aminosäuren, die man dann dementsprechend aufnehmen. Man kann keine Proteine aufnehmen. Das sollte man nicht. Ansonsten entstehen Autoimmunkrankheiten durch unerlässigen Darm. Man will Aminosäuren aufnehmen. Das heißt, das ist ein Faktor. Zweitens, wenn du Tabletten nimmst gegen Sodbrennen, dann kann es auch hergehen mit Aminosäurenmängeln. Oder allgemein andere Medikamente nehmen, die Einfluss haben. Oder Magengeschwüre, alle Sachen. Das mal vorweg. Oder auch einfach Mängel in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel Chlorid. Da kannst du halt einfach keine Magensäure mehr bilden. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, denn viele Menschen konsumieren sehr viel Salz. Und Salz ist Natriumchlorid. Es gibt ein paar angelegte Studien zu diesem Thema. Und zwar hier, sehr interessant, und zwar gab es hier Protein, Whey-Protein. Whey-Protein ist übrigens ein Abfallprodukt der Käseherstellung, so will ich es einmal betiteln. Hat aber einen sehr hohen Proteinanteil. 15, 30 und 45 Gramm am Tag wurden verzehrt mit erstaunlichen Ergebnissen. Die, die am meisten Protein verzehrten, das heißt 45 Gramm Whey-Protein extra hatten, hatten auch 24 Prozent mehr Glutathione in ihren Immunzellen. Heißt das jetzt, wir sollen alle Whey-Protein essen? Nein, bitte bis zum Ende dranbleiben. So ähnlich gab es auch in der Studie 2018 mit Krebspatienten Doppel-Blind-Placebo. Chemotherapie bekamen sie ebenfalls. Sie bekamen 40 Gramm Whey, Zink und Selen. Und dabei kam heraus und gezeigt werden, dass die Placebo-Gruppe, wie in meinem letzten Video schon gezeigt habe, immer weniger Adoption hatten. Das ist ein sehr wichtiger Fakt, was sich hier wieder deckt mit meinem zuvorjährigen Video, weil Krebs lässt Peroxide entstehen. Das heißt, Moleküle mit radikalischem Charakter. Peroxide sind in dem Fall keine richtigen Radikale, weil sie keine Elektronenmangelverbindungen sind. Egal, aber auf jeden Fall ist es halt eben so, dass Krebs Peroxide entstehen lässt, die gepuffert werden müssen. Durch was? Durch Glutathione. Genau genommen Glutathione, Peroxide also. Deshalb sinkt das Glutathione auch dementsprechend an. Es konnte gezeigt werden, in der Placebo-Gruppe kam es zu einer 9,6% Senkung des Glutathions, nach 12 Wochen. Und in der Gruppe, die dementsprechend dieses Whey-Protein konsumierten, Zink und Selen, 40 Gramm, kam es zu einer 11,7% Steigerung des Glutathions. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von über 20, die die Protein, eine größere Protein-Mahlzeit von Whey konsumiert haben und die, die nicht. Natürlich wissen wir nicht, inwieweit das Zink und Selen auch hier noch eine Rolle gespielt haben. Es gibt zum Beispiel auch Enzyme, zum Beispiel auch die Peroxidase, die selenabhängig ist zum Beispiel auch. Das kann natürlich auch noch mit rein spielen. Aber das würde jetzt alles hier wieder den Rahmen sprengen. Müssen wir jetzt alle Whey-Protein trinken? Immer noch nicht. Kläre ich jetzt gleich. Vergleichen wir doch mal Sojaprotein mit Whey-Protein bezüglich Glutathion. Kann es auch eine pflanzliche Alternative sein, in Proteinform, oder muss es quasi die tierische Proteinquelle sein, von Whey-Protein? Genau das habe ich ebenfalls untersucht. Und dazu gab es auch eine Studie, die ich gefunden habe. Als allererstes schauen wir uns die BCAAs und EAAs an. Die EAAs sind die alle essentiellen 8 Aminosäuren. Die BCAAs sind quasi die, die am meisten Einfluss haben auf den Muskelwachstum, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, Brain-Chant-Aminos-Assets. Dazu gehören Valin, Isolozin und Leuzin. So, diese steigern sich merklich höher beim Whey-Protein in der Blutkonzentration, dementsprechend im Vergleich zu Sojaprotein. Doch wie sieht es mit dem Cystein aus, was ja anscheinend positive Einflüsse hatte? Da sehen wir hier, dass die Synthese nicht sehr unterschiedlich scheint oder der Gehalt vom Cystein durch die Gabe von Sojaprotein oder von Whey-Protein. Jetzt kommt aber das Wichtige. Wie sieht es aus mit dem Glutathion? Und zwar, hier sehen wir rechts einmal das reduzierte Glutathion. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was wir haben wollen. Das ist das aktive Glutathion. Und links sehen wir das allgemeine Glutathion. Da ist auch das oxidierte mit drin, was ja in dem Fall wenig Wirkung erstmal für uns hat. So, hier sehen wir es zum Beispiel. Alles gut, ich warte ein bisschen. Weiter, weiter. Nee, nee, ich warte, alles gut. Entschuldigung, ich wurde unterbrochen von einer Mutter mit ihrem Kind, die mir zuhören wollte. Aber ich habe mich geschämt. Auf jeden Fall sehen wir leider, dass Whey-Protein, nur Whey-Protein, eine statistisch signifikante Erhöhung von Glutathion verzeichnen ließ und nicht das Sojaprotein. Heißt das jetzt aber immer noch, dass wir auf jeden Fall Whey-Protein verzehren müssen? Nein, keine Panik. Und zwar schauen wir uns einfach mal die Aminosäurenmengen an, die wir uns auch einverleiben können, durch 100 Gramm Linsen und die durch 40 Gramm Whey-Protein. Dann sehen wir, dass wir da gut wegkommen, wenn wir Hülsenfrüchte in etwas höherer Menge auf einmal konsumieren. Was ist mein Fazit? Gibt es einen Proteinmangel? Jein. Es könnte wichtig sein, einmal am Tag wenigstens eine größere Proteinmahlzeit zu verzehren, damit man einmal eine sehr hohe Konzentration von Aminosäuren, das heißt den Aminosäurenpool bei ihrem Blut, einmal völlig ausvoluminiert. So nenne ich es mal, ja? So, warum? Denn dann kann sich am besten der Körper Aminosäuren wegnehmen zu der Synthese von Glutathion. Wenn der Spiegel immer flach bleibt und kleine Happen über den Tag verteilt nimmt, die nicht hohe Peaks von Proteinmengen quasi haben, dann kann es vielleicht zu einer Beeinträchtigung kommen von der Synthese von Glutathion. Damit sind Obsternährungen meines Erachtens völlig abzuraten, da man diese Peaks niemals erreichen würde. Das heißt, der Tipp für dich, vielleicht eine größere Mahlzeit am Tag, wo du etwas mehr Protein verzehrst, ja? 100, 200 Gramm Linsen auf einmal mal und nicht dreimal am Tag, viermal am Tag 30 Gramm, ja? So könnten wir quasi den Effekt von dem Whey-Protein ziemlich gut negieren. Als Beispiel wäre dann zu nennen Hülsenfrüchte mit Gemüse. Warum Gemüse? Hat ebenfalls antioxidative Wirkung, beschützt das Glutathion. Die Proteine werden geliefert durch die Hülsenfrüchte. Das ist für mich eine perfekte Mahlzeit. Ich würde ebenfalls empfehlen, die Hülsenfrüchte zu keimen. Dann enthalten sie schon Aminosäuren, ja? Ganz, ganz wichtig und noch viel leichter. Das heißt, die Aminosäurekonzentration in deinem Blut steigt doch viel, viel schneller, wenn es gekeimt ist. Übrigens auch unsere Mahlzeitenersatzprodukte und unsere Müslis sind in gekeimter Form, ja? Enthalten ebenfalls auch Leinsamen gekeimt, Buchweizen gekeimt, alles glutenfrei. Ich könnte gerne mal vorbeischauen, morgens im Shoppen, mich halt unterstützen, wenn du meine Arbeit wirklich als gut empfindest, ja? Dankeschön dafür. So, ebenfalls würde ich sagen, Fleisch eher nicht so von Vorteil. Denn es kann viele Substanzen auch enthalten, die erstmal entgiftet werden wieder müssen. Von Glutathion zum Beispiel, weiß nicht, Medikamentenrückstände und so weiter. Für alle die Menschen, die doch Probleme mit Lektin haben, mit ihrem Darm, kann ich ebenfalls empfehlen, Hülsenfrüchte erstens zu keimen und zweitens in einem Instant-Pot zu machen. Dann sind die Temperaturen höher als 100 Grad, dann zerfallen übrigens Lektine und für viele Menschen sind es sehr leicht verdaulich, die da Probleme haben. Kommen wir nun zur Thematik Omega-3 und zwar ebenfalls wieder zum Thema Glutathion. Wir wissen, alle Entzündungen werden reguliert durch das gute Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Wieder Schleichwerbung. Unsere Mahlzeitenersatzprodukte, unsere Müslis haben ebenfalls ein positives Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Das ist das erste Produkt weltweit in dem Fall, ja? Ja, Müslis und Mahlzeitenersatzprodukte. Auch da wieder gerne vorbeischauen. Alles klar, es war wirklich viel zu viel mit der Werbung. Ich habe Folgendes recherchiert. Bei einer Gabe von 4000 Milligramm Omega-3 kamen dementsprechend, das heißt Supplementen, die EPA und DHA beinhalten, das sind langkettige Omega-3-Fettsäuren, kam es zu einem Anstieg der Glutathion-Kreatin-Verhältnis, zu dem Verhältnis, ja? Was wirklich signifikant war. So, weiter in einer randomisierten Studie konnte gezeigt werden, auch dass der gleiche Effekt mit Leinöl und 400 internationale Einheiten Vitamin E erreicht werden konnte, wo ebenfalls der Glutathionspiegel stieg. Aber dann gab es eine Metastudie aus neun verschiedenen Studien, die den Zettel auf jeden Fall krass zusammenhält. So, ja, Zettelwirtschaft, wie damals in der Uni. Und zwar, die Stickstoffmonoxid-Konzentration konnte dadurch beeinflusst werden, das heißt, die Agilität deiner Blutgefäße, unter anderem auch Einfluss auf den Blutdruck, und ebenfalls auch die MDA-Marker, das heißt, den oxidativen Stressmarker, Malone-Dialdehyd, konnte positiv beeinflusst werden dadurch, ja? Durch die Gabe von Omega-3. Aber es hatte keinen direkten Einfluss auf Glutathion. Das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, weil die Autoren sagen, diese Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, weil der Heterogenitätsfaktor, I² ist das immer, war zu hoch. Das heißt, es wurden Äpfel mit Bieren etwas verglichen. Die Studien konnten nicht exakt verglichen werden, ja? Aber es gibt so eine Tendenz. Unabhängig davon, ob das jetzt positiv Einflüsse hat oder nicht, ich vermute eher schon, wenn man das langfristig mal testen würde, finde ich, ist Omega-3 absolut, wirklich absolut unerlässlich für ein gesundes Dasein und für den gesunden Zellaufbau vor allen Dingen, deiner Zellmembran, ja? Krankheiten entstehen, wenn Omega-3-Mangel langfristig quasi da ist, und dann können langfristig keine gesunden Zellen aufgebaut werden. Kommen wir nun zum letzten Part, die Ernährung. Es war wieder extrem lange, aber die Hartgesonnenen sitzen immer noch da. Ich begrüße dich. Jetzt geht es aber wirklich ans Eingemachte, was ganz Wichtiges. Das Beste kommt immer zum Schluss in meinen Videos. Es geht hier nicht Glutathion alleine. Glutathion hat ganz viele Handlanger. Das sind ganz, ganz viele Enzyme, die Glutathion erst mal helfen, das zu tun, was es tun soll und was es tun muss bei uns im Körper und was es so wunderbar macht. In dem Fall sind da verschiedene Moleküle zu nennen, zum Beispiel die Glutathionreduktase. Das ist das Enzym, was das Glutathion wieder reduziert, was es wieder ein Elektron auf das oxidierte Disulfid überträgt und damit wieder aktiviert zum Weiterverbrauch. Das ist ein ganz wichtiges Enzym. Dann gibt es ebenfalls die Glutathionperoxidase, die ist übrigens selenabhängig. Und die hilft zum Beispiel deinem Glutathion, die Peroxide zu puffern, die zum Beispiel durch Krebs entstehen. So, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz, ganz wichtiges Molekül, das ist die Glutathiontransferase. Wenn du Glutathiontransferase bei dir im Körper aktivierst, und das machst du nur, indem du Buterate hast, und Buterate bildest du nur durch belaststoffreiche Ernährung, und das zeige ich euch jetzt gleich explizit. Aber was macht Glutathiontransferase? Sie hilft, dem Glutathion zu entgiften. Denn sie bindet das Glutathion an Xenobiotika, an Giftstoffe, die Glutathiontransferase. Und dadurch macht sie diese Stoffe wasserlös, dass sie über die Niere ausgeschwemmt werden. Wenn du keine Ballaststoffe konsumierst, funktioniert deine Entgiftung nicht. Weil Glutathion kann nicht durch die Glutathiontransferase an die Giftstoffe gebunden werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Schaut mal jetzt gleich mal weiter, was noch kommt. Es gibt wirklich hunderte Studien zum Thema Glutathion und Buterate. Und was sind Buterate, das klären wir jetzt gleich einmal. Hier sehen wir hier, 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 hier. Und vor allen Dingen die letzte Phase, sehr, sehr entscheidend, bei dem Glutathionverhältnis quasi, Transferaseverhältnis, was passiert, bei der Gabe von Buteraten. Wir sehen hier einen deutlichen Anstieg. Ja, Buterate, unter anderem mit Säure, wenn es wieder zu Buttersäure, das sind kurzkettige Säuren. So, in erster Linie Acetat, Propionat und Buterat. Ich lese das mal kurz vor, das ist sehr schön zusammengefasst hier. Organische Säuren, die im Darmlumen durch bakterielle Fermentation von hauptsächlich unverdauten Nahrungskohlenhydraten, insbesondere resistenter Stärke und Ballaststoffen und in geringen Maßen von nahrungs- und kurpereigenen Proteinen quasi hergestellt werden. Dadurch werden sie hergestellt, die Buterate. Die meisten Mikroorganismen ziehen es vor, Kohlenhydrate gegenüber Proteinen zu fermentieren. Damit ist quasi, wie soll man sagen, ich widerlege quasi gerade hier die Low-Carb-Ernährung, die fleischbasierte Ernährung, ja, diese Ernährung, ja, damit. Weil die Mikroorganismen ziehen Kohlenhydrate vor, ja, zu fermentieren. Man kann auch nur fleischbarer Ernährung machen, da muss man aber noch darauf achten, dass man trotzdem noch genug Ballaststoffe hat, ansonsten wird man seine ganze Darmflora, in dem Fall habe ich auch Videos dazu gemacht, würde ich auch in den Namen schicken. Es wurde geschätzt, dass die kurskältigen Fettsäuren zu 60 bis 70 Prozent des Energiebedarfs der Kolonepithelzellen, das heißt deiner Darmzellen, und 5 bis 15 Prozent des gesamten Kalorienbedarfs des Menschen beträgt. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Diese Buterate, die aus Ballaststoffen entstehen, aus pflanzlicher Nahrung, tierische Lebensmittel, haben keine Ballaststoffe, sind wichtig, damit du 5 bis 15 Prozent mehr Energie leisten kannst, körpereigene, und dass 70 Prozent deiner Darmbakterien funktionieren. Das musst du dir mal vorstellen. Und jetzt wird es ganz dick. Das Beste kommt immer zum Schluss. Dabei liegen im molaren Anteil für Acetat, Propionat und Buterat das Verhältnis zu 60, 25, 10. Das heißt 60 Acetat, 25 Propionat und 10 Buterat im Durchschnitt. Dieses Verhältnis ist jedoch stark von der Menge und der Art der verfügbaren Substrate abhängig. Bei ballaststoffarmer Ernährung verschiebt sich das Quotienten zu Gunsten von Acetat, während bei hoher Ballaststoffaufnahme, insbesondere von buterogenen Substanzen, sich der Buteratanteil erhöht. Das heißt viele Ballaststoffe, viel Buterat, wenig Ballaststoffe, Propionat und Acetat. Und jetzt was das heißt, jetzt pass mal auf, neben den Wirkungen auf Elektrolyt- und Wasserhaushalt stellen die kurzgängigen Fettsäuren die wichtigste Energiequelle des Darmepithels dar. Bevorzugte Substrate ist Buterat. Bevorzugte Substrate ist Buterat. Ich wiederhole. Das Substrat, was aus Ballaststoffen entsteht, welches bis zu 90 Prozent von deinem Kolonozyten, das heißt von deinen Darmenzellen, verstoffwechselt wird. Während Propionat, teilweise und Acetat, geringfügig sogar nur, verstoffwechselt wird. Das heißt, klipp und klar, ballaststoffreiche Ernährung lässt viel Buterat entstehen. Buterat aktiviert Glutathion-Transferase, die wichtig ist bei der Entgiftung von Substraten. Denn die Glutathion-Transferase bindet das Glutathion an Stoffe, an Fremdstoffe, an Giftstoffe und macht sie dadurch wasserlösig, dass sie ausgeschieden werden können. Das kann nur vonstatten gehen in einer ballaststoffreichen Ernährung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und nur die ballaststoffreiche Ernährung war maßgeblich dafür verantwortlich, dass deine Mikroorganismen diesen Scheiß auch verstoffwechseln können. Denn diese lassen dann dadurch wie Buterat entstehen, die Ballaststoffe. Durch Fremditation. Das war nicht der Fall bei der ballaststoffarmen Ernährung. Das heißt, Glutathion kann nur entgiften bei ballaststoffreicher Ernährung. Ganz einfach. Welche Lebensmittel sind dann zu nennen? Natürlich Süßkartoffel, abgekühlte Kartoffeln, normale Kreuzblüter, Pilze, Jakon vor allen Dingen hat sehr viel Inulin. Unreife Bananen. Ich mische immer reife Bananen mit unreifen Bananen. Die sind beide gleich wichtig. Diese helfen wirklich bei der Kultionentgiftung. Dankeschön wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf purastell.de vorbeischaut, mich für meine Arbeit unterstützt. Das war wirklich ein Haufenvoll Arbeit, jetzt hier drei Tage lang dieses Video zu machen. Dankeschön. Bis gleich auf purastell.de. Den Daumen nicht vergessen und den Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik